Hi Leute, Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft mit Tronx HD. Ja, wir sind hier immer noch in der Wüste. Und gehen wir noch mal hin, nein, wir gehen erst mal nach Hause, hier hin, es wird dunkel, und ich schau jetzt dann gleich mal, wie ihr Mehl herstellen kann, beziehungsweise Brot. Okay. 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 Yeah. Okay. 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 So, jetzt gehen wir erst mal nach Hause. Mal hier in unsere Mine gehen. Wieder weiter abbauen dann. So, schon wieder. So, schon wieder. So, jetzt hoffen wir mal, dass... Oh, hier ist noch dein Creeper. Hier oben verfrennen sie. So, wir können noch in die Mine. An der Mine weiter bauen, tiefer. Beziehungsweise sie besser bauen. So, hier noch eine Tür hinbauen. So, hier oben. So, hier oben. So, hier oben. Hier mal tiefer bauen, eher. Und da haben wir schon wieder, ich glaube hier mit dem Eisen könnte ich, ich habe ja genug bis jetzt könnte ich mal einen Eisenhacker bauen. Ja, jetzt gehe ich nochmal hoch hier kurz. Und platzieren uns noch hier wo eine Werkbank, am besten hier. Einen größeren Raum hier bauen. So. Werkbank. Einen Ofen. Metall mal schmeißen kurz. Und bauen wir uns nach. Ein paar Steinhacken. Wir wollen ja weiterkommen. Ach und natürlich auch nicht schlecht, wenn es Nacht wird. Falls wir auf Redstone treffen. Eine Metallachst. Ne Hacke. Jetzt geht es wieder runter. Hier runter. Hier runter. Was ist denn das? Warum ist hier Wasser? Jetzt mal immer lauter. Mann. Das war klar. Und wir wollen ja wieder runter. irgendwann auf ne Zombiehöhle treffen werde Nichts Noch mehr weiter Oh, und damit endet diese Folge von Let's Play Minecraft mit Trunks HD